Herzlich Willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Leider ist eine Folge hinüber gewesen. Ton war, Mikro war zwei weg. Soll ich gleich mal entsorgt, bringt ja nichts. Ich hatte eh nur Sillage, zum einen in BGH gefahren und zum anderen in den Misch für der Fabrik. Ein bisschen erzählt. Jedenfalls kann ich so eine Folge nicht hochladen, das geht nicht. Also Ton zu leise, ich habe es gemerkt und somit erledigt. Jedenfalls fahren wir auf Feld 1.40 und machen da eine Mission. Die eigenen Fälle sind nicht soweit. Teils haben wir gedulden. Bisschen, ne? Ja, Juck, Kopf. Denn heute wird noch nichts passieren. Mit Ernte und so. Wird eher morgen passieren. Ja, das Segelbeck läuft nicht zur Zeit. Entschuldigung, cooler. Vorlesig zeige ich nicht machbar. Mit 5 ist ja ständig entweder voll oder leer, ne? Je nachdem. Dann kann man sie auch suchen. Beim KI schon weiß gewachsen. Da spricht man früher angefangen. Und wir haben auch noch Gras geerntet, ne? Wenn wir dazu sagen. Links ist die 53, rechts wird die 40 sein. Das ist hellgefühl, dann könnte Mais sein. Könnte. Ne. Was anderes. Sonnenblumen. Wir fangen mal hier vorne an. Das müsste ja die 40 sein. Jetzt gehen wir ganz kurz. Menü. 40. Gut. Das ist ein schönes großes Feld, ne? Sammlung. Aber das können wir nicht leisten. So. So, Düngemodus. Kursgenerierung. Feld 40. Ein Fahrzeug. Vorgewende 2. Uhrzeigersinn. Die machen wir auf 0. Das ist eben Mission nicht ganz wichtig. Kursgenerieren. Überlappung. Vorgewende. Man muss sich immer ganz kurz angucken, dass hier nichts irgendwo mit dem Kurs querläuft. Jetzt ziehe ich ganz gut aus. Das ist fertig. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Wir haben noch mehrere Düngerfahrzeuge. Das heißt. Mal schauen. Feld 13. Düngen. Machen wir mal, ne? Aber da muss ich aber ja gleich sein. Auf 1 gehen. Damit auch schaffen. So. Dazu werden wir den mal nehmen. So. Und die werden wir gleich wegstellen. In seinen Stammplatz. Mal schauen, wie wir das reinkriegen in der Ecke. Und sonst haben wir Düngerfahrzeuge. Da sehe ich schon kommen, dass wir Dünger kaufen müssen. Denn. Wollt ihr eigentlich nicht mehr dünnen. Beim Bauern, ne? He. Der andere bewegt sich auch. Vielleicht kann ich da in der Nähe gewinnen. Das ist gut, dass hier. Ich hab schon mal reinbekommen. Wie lange her. Da hängt er jetzt fest. Wenn alle ein bisschen richten, ne? Wenn wir gerade fahren, dann muss das eigentlich gehen. Das ist mit der Deichsel. Das sieht mir ganz blöd. Da sieht man so aus. Da schlägt. Das ist mit der Deichsel. Da sieht man in der Richtung wo es nicht soll, ne? Ja, das wird nicht besser als vorher. das klappt gut klappt nicht wir nehmen Düngersteuer und planen nicht mehr rum und werden auf 13 beginnen zu düngen das ist ja ein Pflegerbereich, passt auch der ist gut gefüllt, das ist gut, dann brauchen wir wahrscheinlich keinen Dünger kaufen für diese beiden Felder jedenfalls nicht so fahren wir auf 13 und dann geht los das ist ja ein relativ großes Feld und dann muss ein bisschen Gas geben das haben wir nicht leisten können, das wäre ein bisschen heftig plus glaube ich 6 Millionen das haben wir jetzt auf Feldnummer 29 viel ernten könnten und verkaufen wird trotzdem schwierig werden, entsprechend da das Geld zu verdienen um hier das kaufen zu können so kurz generierung, ein Fahrzeug muss reichen zwei Vorgewende, weich, die machen wir auf 0 brauchen wir sie auch nicht, in der Stimme sagt noch 0 hier haben wir schon Feld 13 nehmen zur Not kommen wir mit einem anderen Fahrzeug in der Mitte mit einsteigen das werden wir auch tun rechnen, rechnen bei der Größe des Feldes dauert eben länger so hier genau das gleiche, hier ist wiederum diese Ecke nur so wie jetzt hier ein Strich quer ist wenn der jetzt hier so wäre wäre es ungünstig in dem Fall geht es zurück zurück einsteigen schauen wir noch ein Fahrzeug kriegen mit Dünge den Fendt nicht das ist jetzt der K2 das können wir nehmen beziehungsweise wir haben ja noch einen zweiten mit Faktor zusammen diesen hier und da werden wir gleich mal Dünge kaufen ne das werden wir so machen müssen 13 ne das ist äh müsste 13 sein normalerweise gut das ist es sogar dann werden wir hier mal kurz den Kurs kopieren äh ist das der ja dann werden wir hier einsteigen mittendrin der andere macht jetzt Vorgewände zwei Runden das ist ein bisschen riskant äh wir müssen ungefähr in der Mitte anfangen mal gucken mal kurz kurz in der Karte sind jetzt hier die hier ungefähr entfahren in etwa in der Mitte ungefähr und einsteigen da wir nur einen Kurs mit einem Fahrzeug gemacht haben ist es dann so das optimale wenn wir zwei Fahrzeuge gemacht hätten dann hätte der zweite mit Vorwände gemacht ne so wir werden hier einsteigen mal Dünge mal Dünge das muss ja nicht 100% sein bei Missionen ne so Dünge mal was warum will er jetzt so achso mal mal gucken da müssen wir ein bisschen korrigieren auf Null ich meine hier ist nicht ganz so dramatisch anfangs auch im eigenen Feld hatte ich schon gesagt okay das ist schlecht aber die muss ja nicht so also null oder strich das ist egal strich strich da können wir jetzt mal schauen Überladewagen nehmen mit da können wir auch ein Fett nehmen da ist sogar ja dran ne ja da passt sogar da werden wir noch Dünge kaufen das ist nicht wichtig also dass wir da nicht lange unterbrechen müssen ne wir müssen das Geld verdienen für die Felder für die 10 und für die 29 ungefähr in Planung ne da wir für die Dünge müssen gut bezahlen ja da ist ein Unfall schwere Unfall was da passiert lag hier jemand sowas ich weiß ja nicht ne outlets richtig kalt hier einmal � aber so im großen ganzen verwende ich es nicht. bei den großen feldern macht es sowieso cosplay und bei den kleinen macht es auch cosplay die Dünger, die waren nämlich so gut wie alle ich habe zurzeit keinen Dünger im lager weil es einfach keinen sinn macht längerfristig will ich hier umziehen, das heißt wir haben jetzt Frühling und ich denke mal dass die Felder die sind bei 6% und da ist aber 22 die Felder sind jetzt aktuell also kurz vom Reifegrad also 60, 41, 49, 48 und die 12 die 18 dauert noch und die 47 und 42 wird auch bis zum Plus dauern also noch paar Tage, Sommer auf jeden Fall noch die 6 Tage und dann Herbst auch noch ein Großteil ich hoffe mal dass die neue Karte dann fertig ist zum richtigen Zeitpunkt das heißt nicht zu früh und nicht zu spät damit ich das sagen kann uh, ich habe schon die neue Karte ja, okay dann fahren wir auf Feld Nummer 13 Richtung um da um Fall des Falles auffüllen zu können hier ist ein bisschen FPS Einbrüche merke ich so gerade da oben muss ich auch nicht das am Hof liegt wirklich, ne? 22, 23 30 wäre so die Grenze so wirklich viele Tiere das hat sich ja schon mächtig äh ja, 30 ja, könnte alle Tiere liegen gut Dünger haben wir jetzt gekauft und ist bereit dann haben wir auch schon wieder eins fertig, ne? Allmal einen schönen Rest Montag aber schönen Dank fürs Reinschauen dann seid mal tschüss und tschau ja, dann sehen wir uns wenn ihr möchtet morgen wieder Tschüss Tschüss